sound auf der polis das finde ich ja super bei mir ist der ausgang ich höre schon das gesinger ja die läuft gerade direkt zu mir jetzt weißt du mal wie es anfühlt das war ich komme zu mir hier ist was du bist du denn die verfolgt milch leute ist doch schön oder nicht voll daneben geworfen wieder daneben geworfen ich wusste dass das passiert aber es war so wenig zeit weißt du sie sind so weit ich sage aber so schnell sogar ich höre sie ich höre sie ich höre sie hat auf mich geworfen oder auf die ich sehe dich rennen und dahinter gleich nach axt fliegen habe sie gestanden mit was das denn mit was hast du sie gestanden ja eigentlich was umgekippt ach so hätte er sein könnte dass du einen alten hast oder so ich habe sie mit einem gebracht gerade habe sie aber von mir abgelenkt ja zum random gebracht hatte den einen fast fertig gab reiner hier hinten siehst du es hinter dir im rücken ist ein generator da bin ich auch wieder dran relativ weit am ende das kürztes lalala loswerden ne geh weg ja sie kommt direkt auf mich zu sie wirft daneben lappen ne ich sehe sie nicht mehr durch diesen scheiß dings da ist er ok da ist er ok also man muss ja sagen dieses gesungen ist echt episch ne das hat schon was hast du mal die story von der angeguckt ne dann ist das gesungen nicht mehr episch sondern krank mhm das ist das einzige das ich mir durchgelesen hab sollte ich vielleicht mal machen wir haben gleich einen fertig ich bin der random glaube ich ja ich bin ich verstecke mich die ganze zeit vor der alten ich glaube ich sehe sie gerade das war knapp ja genau und wir sind genau neben dem greif ding ach zu schaden weil der ne vom greif ding ist ja noch ein generat ja 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 genau neben ein ich bin aber auch direkt da irgendwo ich weiß nicht wenn ich jetzt das war knapp kopf einziehen einmal bitte nein oh ich hab sie gestunt gott sei dank alter glück gehabt gibt doch 1000 punkte dafür wir haben gleich den letzten fertig ja behalt euch ich verarsche die ganze zeit noch achte fehlt nur noch ah daneben lappen oh auch daneben du dürftest jetzt glaube ich keine axt mehr haben fertig mach die scheiße auf ey direkt bei uns ist sogar ein ausgang ja macht ihr auf macht ihr auf bitte ich kann mach ich gerade ach du bist das ich kann nämlich noch nichts machen weil ich die ganze zeit mit ihr im kreis renne daneben ist gleich auf nur noch ein drittel ja 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 danke nur noch ein zweites ich komme also wenn du den richtigen ausgang findest halt ja ja bis auf hier rüber komm 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 herrüber perfekt alter so dämlich die kreis verschwinde er ist nicht bei uns oder na doch ich komme da ist der ausgang ja hilfe 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 aua du blöde schlampe ey schüttel sie ab hilfe hilfe ah nein ich bin zu weit ich bin zu weit am ausgang gewesen weißt du nein nein renn renn raus nein niemals Leeroy vielleicht kannst du raus krieg ja sie hat mich aufgehoben aber ich wehre mich gerade Leeroy oh die lässt dich fallen Leeroy ich wusste auch dass Leeroy was bringt phew ich wollte den Doktor so erstmal ja ok Doktor die Jägerin sie summt wieder neben mir schon schön zu wissen sie ist direkt vor mir beim haus läuft sie herum unten auch mal eine rechte rechte maustaste funktioniert nicht sie läuft unten im haus hin und her ja sie kommt gleich zu mir ja 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 ich sehe sie ja ich bin am Arsch an welchem Arsch in ihrem gleich ganz tief hinten drin ha 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 du Schleimer weißt du der verrät uns der macht eine Sache mit dem Mörder ja 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 ups weg hier das war die Axt daneben alter du läufst doch nicht gerade zu mir ne das weiß ich nicht ich sehe dich da noch nicht mal sie ist aber immer noch hinter dir her du machst das gleiche wie Rainer ey ich bin an dem Generator also sie läuft zu mir irgendwie muss man sie ja loswerden also sie hat nur noch sie hat nur noch sie hat nur noch eine Axt ja sie kann eine neue aufheben ja aber dafür müsste sie erstmal in den Schrank jetzt hat sie keine mehr ok den ersten Generator habe ich angebracht sie lässt aber auch nicht locker ne komm Mädchen das ist vielleicht eine zukünftige oh sie ist aber heiß ey also wenn die immer so wenn sie hartnäckig immer bei allem so bleibt dann Respekt ey aber denk dran ne ein Hase hat eine ordentliche Zähne sie geht jetzt weg von mir ich glaube sie hat keinen Bock mehr auf mich geht sie aufs Haus zu? ne sie kommt wieder zurück ok sie ist doch hartnäckig ja die jetzt geht sie wieder weg sie ist nah bei mir? ja ich weiß leider nicht woher geht es genau nein weil ich da hinten schon wieder einen Generator sehe wo will ich jetzt gerade hingehen ich sehe sie sehr schön sie ist sehr nah bei mir sie ist oben beim Haus ja pass auf pass auf sie kommt um die Ecke ich sehe sie gerade ich weiß das war knapp renn einfach im Kreis mit ihr das kriegt sie nicht hin geht schlecht hier ist kein Kreis ja das ist natürlich bitter gelaufen ich bin gegen sie gelaufen ich bin gegen sie gelaufen guck mal Rainer machts ganz methodisch er wufft sie an er geht gleich in die vollen meinst du nicht so wie ich erstmal aus der entfernen und begutachten er geht gleich ran da ich habe gleich einen Generator oh ok dauert noch ein bisschen länger mir ist er gerade hochgegangen ja hier ist er fast fertiger wohl oder jedenfalls schon mal angefangen ja jetzt könnte der in meiner Nähe sein oh sie ist bei mir ja sie ist bei mir wieder und jetzt schon wieder neue Äxte ey süße komm schon Mädchen wir beide ohne Scheiß das ist der Hammer und wieder in die andere Richtung wir drehen uns im Karussell und noch eine Runde jetzt hier gleich tretet ein tretet ein wer hat noch nicht wer will nochmal und wir drehen uns jetzt wieder links herum denn wir haben Spaß Spaß deiner Freude haben wir Mädchen das wird nichts komm lass gut sein du triffst mit deiner Axt auch nichts und auch daneben und wieder daneben das ist so geil ey ey schau auf den ey jetzt mach die Generator kaputt was soll das du blöde Schlampe ne wenn ich dich hab ich zu sehr auf dich geachtet ey dass ich gerade hochgehen lassen habe ich hab gar nichts gehört wuuu triff doch mal triff doch mal du triffst eh nicht du triffst eh nicht weil du ein Lapin bist ein Lapin bist wenn du mich hören könntest nicht mach mich die ganze Zeit über dich lustig und wieder daneben wenn wir denn da sie geht wieder weg von mir sie hat keinen bock sie hat keinen bock mehr auf mich ich hab gleich einen fertig da hinten lief ich sie gerade sie geht weg von uns die Tür können wir auch machen wir sind gleich beim Ausgang ja welchen denn den linken oder den rechten ähm rechten okay weil ich bin näher am linken die wirft auf uns ja die ist nicht so schwer ey komm mach auf da mach auf die Bude komm schon nee jetzt gehts nicht mehr jetzt muss ich laufen ist es offen oder mach einfach weiter wir haben ja auch das andere Tor gleich offen ja ja sie merkt mich nicht ich stehe ganz daneben sie alter also wir können raus wie siehts bei euch aus sie bemerkt mich kein Stück wie siehts bei euch aus ich muss darauf achten dass sie Rainer in Ruhe lässt sie läuft weg der Maid wartet hier noch unseres ist offen übrigens das andere unseres ist auch offen ok also kommt zu mir ich muss rein ich muss weg wir müssen weg ja ja wir laufen raus an wir laufen geil haben wir alle überlebt ja ne ja ja ne unser Mate also unser Mate will noch nicht rausgehen der kommt gleich noch warte drück mal auf zuschauen ja der ist beim Ausgang ich weiß nicht was der macht der wartet auf uns wahrscheinlich noch wir sind alle raus eigentlich müsst ihr das gesehen haben ne der will punkte sie damit gerade nur noch ja ist ein Penner der will jetzt aber nur noch treuen ja ja wenn man berechnet was er da für Perks hat ähm ist auch ein Idiot oder ja witzig wäre wenn sie jetzt einfach so eine Wurf-Axte reinwupp weißt dann müssen wir einfach hier gehen und dafür sorgen dass es vorbei ist jetzt müsste sie wirklich noch ne Axt haben und das wäre die Krönung ja ok der kann auch rauskriechen einfach ja aber trotzdem wäre es lustig wenn man natürlich treffen würde mit der Axt ne mhm macht sie extra ja einfach nur nicht die Ruhe ja bloß ich weiß nicht wenn wir vorher rausgehen kriegen wir wahrscheinlich die Punkte nicht doch 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 kriegst du trotzdem das ist scheißegal jetzt ist er auch jetzt habe ich keinen Koffer mehr aber ich habe nicht genügend Punkt erreicht für den Dings da oh es war so lustig ne ja